Hallo und herzlich willkommen zum ersten Christmas Winterland Event 2023 Video. Wir haben zwar hier immer noch den Volvo FNL, ich habe zwar gesagt, dass ich mit dem dann fahren werde, das Event, aber da konnte ich es ja noch nicht ahnen, als ich es gesagt habe und auch geplant hatte, denn der Kenworth T680 ist draußen, also so als Feier, als 100 Jahre Geburtstag von Kenworth so gesehen. Deswegen werden wir natürlich den uns kaufen und damit das Event fahren. Ich werde allerdings, glaube ich, das auch sogar so machen, dass ich, oh wir haben sogar hier einen Emporium Kenworth Händler, ich glaube ich werde das so machen, dass ich den nicht jetzt schon auf 189.430 PS, dass wir einfach mit den 430 PS fahren und nicht einfach nur den weihnachtlichen Paint Job drauf mache. Das ist ein 76er Sleeper, es geht hoch auf 510 PS. Wir bleiben einfach erstmal dabei, dann haben wir ein bisschen mehr zu kämpfen, ist halt so. Gut, äh, ist das halt, ne? Oha. Okay, es gibt kein... Okay, nevermind. Dann halt, äh, ohne, äh, äh, hätte ich auch wissen können. Das war eigentlich blöd von mir, das sozusagen, weil eigentlich weiß ich ja, mit dem DAF XD ist es ja auch so, dass der Paint Job nicht funktioniert. Also werden wir hier wohl warten und hoffen müssen, dass es hier irgendwie einen Paint Job vorgibt. Ähm, aber ich kann mal gucken, ob wir, bleiben wir dabei. Nehmen wir Sea Blue, nehmen wir Steel Blue. Äh, Century Red. Interzit. Black Red hat ja schon was, ne? Ich glaube, ich den Black Red. Ähm, ja, was können wir hier alles machen? Ich würde sagen, wir lassen noch einfach so komplett so, weil einfach das mit dem... Das, das sieht doch schon ganz nice aus. Äh, ja. Äh, ich würde mal sagen, wir behalten einfach so komplett bei, ja, alles. Das, das, das passt schon so. Mehr brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob irgendwie was Weihnachtliches noch haben wir zum reinstecken. Winterkugel. Okay, warum zur Hölle fängt es gerade hart an zu lecken? Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht erkennen. Äh, ja, ich würde sagen, nehmen wir das... Ja, wir fahren einfach damit rum. Für den Aufwand von 20 Dollar. 189.000 Abfahrt, mehr oder weniger. Äh, leider für mich über... Äh, ja, super. Aufrüsten für 100.000, das ist ja billig. Ja, das ist wohl schon 500.000 jetzt, aber okay. Dann, Ecke Wendler, hallo? Achso, hm. Sehr schön, haben wir das auch gekauft. Das ist ja für ein bisschen auf 685.000... Äh, 600... Ja, knapp 660.000. Äh, so, Garage. So, LKW... Nein, nicht LKW-Händler, sondern LKW-Manager. Da wollen wir mal in den Canvas einsteigen. Okay, der ist sogar der Schlechteste, selbst wenn er den besten Motor drin hat. Was so die... ...die Leistung betrifft, beziehungsweise... Vollmotorleistung der Schlechteste. Äh, das... Einsteigen. Ja, ich möchte gerne den Canvas T680, 76 ft. lieber fahren. Und da haben wir das gute Stück. Ist schon nice, so wie das auch auf... ...denk rechts... ...beziehungsweise an den... ...am Aufstieg quasi blinkt. Ist auch schon ganz schön tief gelegt. Liegt ganz schön tief, aber ich finde das mit dem roten Perleffekt schon nice. Also, ist ja mehr wieder wie Perleffekt. Äh, genau. Wir gucken mal eben, was das Event so... ...was für viele sie machen sollen. Insgesamt 15 Aufträge zu fünf verschiedenen Depots im Winterland, wo man in Portalen kommt. Äh... Was? ETS 2. Also, entweder... ...entweder nur den ETS 2 oder nur den American Book The World oder Combined. Also, das geht halt auf beides. Äh... Einmal muss man mindestens zum... ...Christmas Market, einmal zum Merry Girls, einmal zum North Star, einmal Rudolf Crafts und einmal zu den Snowy Peaks. Ähm... Genau, die ist 100.000 Snowflakes. Als ich damit angefangen hatte, waren wir schon bei 59 gefühlt. Äh... ...gucken wir mal kurz wie weit wir jetzt gerade sind. Ähm... Ähm... Ja, mittlerweile Greech. Pfff... Äh... Äh... Genau, Winterland... Äh... ...Mountain Resorts. Äh... Es ist ja... Äh... ...und hier... ...und dann würde ich sagen fahre ich... wer zur schokoladenfabrik und das nächste wäre dann lukter farbe zum nächsten portal was halt bei phoenix ist ja von 10.000 christmas specials sold zu marigolds sind in diesem fall für 4300.500 ist alles dann nehmen wir einfach mal das so neun meilen und dann ich wollte gerade sagen das muss sich ändern aber nein wir haben ja hier die moderne variante hallo doch einmal spiel und laden weil alle anderen sachen nicht funktioniert haben wie alles zurückgesetzt und so weiter dann fahren wir jetzt mal endlich los wenn der gang drin wäre und dann war ich gerade irgendwie noch gefühlt in der falschen dimension auch wenn es hier gar nicht gibt ok und so sieht es aus mit tempomat bzw. cruise control dann holen wir mal jetzt endlich das salz ab ganz schön ruhig der truck krass was ich halt sagen wollte wozu ich noch nicht gekommen bin weil einfach die technischen probleme da waren dass es eigentlich mal gar nicht so verkehrt ist dass der weg scheinbar nicht so weit ist sache ich jetzt ohne wirklich eine fahrt gemacht zu haben weil das ja wieder so eine last minute aufnahmen sind die zwei die ich brauche für die fährtage wo wir schon dabei sind ich hoffe ihr habt schöne feiertage oder hatte eine schöne bescherung je nachdem wann ihr das video schaut und wieder ein stopp schild deswegen ist es eigentlich ganz gut dass es so last minute war als halt ja ich nehm es gerade am 23. auf die videos 24 und 25 Von daher wäre es gar nicht mal so verkehrt, wenn das keine Stunden Mühe sind. Ah gut, werden wir sehen. Das ist echt, der Truck ist echt sehr ruhig. Ein bisschen zu weit rechts. Okay, passt. Dann laden wir das gute Stück. Den diesjährigen Weihnachts-Trailer. Schauen wir mal die Lichter an. Gut, obwohl das 440 Tonnen sind, äh, 1000 Pfund sind, zieht der echt gut. Ich frag mich ja gleich, wie der, äh, Dings zieht, aber wir, also wie der, äh, Mercedes zieht, aber wir müssen jetzt zum nächsten, zwischen der nächsten Dings, ähm, und das nächste Portal ist hier. Ich seh sonst eigentlich hier übrigens ein anderes Portal. Was näher dran ist, obwohl ja eigentlich hier auch eins war, aber gut. 116 Meilen fahren wir dann zum Portal. Was ist denn da am Dashboard? Okay, Süden und halt die Uhrzeit. Ich bin immer gespannt, wie das Winterwunderland ist. Ich hab bisher eigentlich nichts davon gesehen, außer halt den Trailer. Genau, dann halt das andere Video, was am sechsten verheißen kommt, was kann ich dann am 25. aufnehmen, weil, ja. Am 25. geht's nicht wieder nach Hause. Und dann... Und dann... Am 2. November, das Feiertag, muss ich dann wieder arbeiten. Dann hab ich dann wieder eine Schicht. Fand ich hier rechts. Und der Bar. Dann können wir jetzt hochbesteutigen, 65. Mal schauen, wie schnell der Canvas draufkommt. Aber es ist... Es ist halt schon ziemlich Wunder da, der Truck, ne. Also man kann ja wirklich fast... Fast nix machen. Dann... Tuning erscheint gut, aber ist ja auch... Äh, wobei ist ja der... 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 Der 22er, ne. Äh... Oder war es der 23? Oder was war der 22er? Quasi der vom Vorjahr. Also der vom letzten Jahr. Also der vom letzten Jahr. Den Schlangen nicht mehr hier in alten Gebieten gewesen. Wobei... Wir sind in Phoenix. Äh... Äh... In Arizona. So alt... Äh... Ist schon alt, ne. Äh... So ist es nicht. Schön wie mit den Bergen. Schon so lange nicht mehr da gewesen, dass es sich einfühlt wie neu. Mit dem Unterschied, dass man weiß, dass es nicht neu ist. Okay, es wird witzig mit dem Retarder, wenn es bergab geht. Er existiert, aber macht gefühlt nichts. Das äh... Ist schon mal gut zu wissen. Gut, Schleswig haben wir nur ein einziges Getriebe und das haben wir drin. Wie gesagt, sehr Vanilla mäßig. Ich schätze mal, wahrscheinlich wird es dann in Zukunft vielleicht dann noch dazu... Entweder mit kleinen Upgrades... Äh... Updates... Upgrades möglich geben... Möglich sein. Oder halt... Wird es ein Tuning Pack geben. Kann natürlich auch sein. Aber bisher... Ich bin echt überrascht, dass es so ruhig ist. Ich finde, er hat was. Halt auch besonders mit dem... Mit dem... Mit dem Paintjob. Mit dem Dunklen, was im... Richtigen Licht schimmert. Leuchtet. Das mit dem Paintjob ist schon gar nicht mal so nice. Äh... Ist schon nice. Ich wollte es nice sagen, wollte es aber noch nicht wieder nice sagen. Deswegen wollte ich den Satz erinnern und hab den... Ja... Verkackt. In der Mischung aus gar nicht mal so schlecht wird, nice. Kann doch mal schief gehen. Gut... Ich darf... Ich fahre sogar durch... Ich fahre ja durch Felix durch... Und dann... Gehts ins... Winter... Wonderland... Oh... Ja... 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 bisschen... Ja... Ja, 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 ist ja gut. ist halt schon biestig was halt auch nice wäre also ich weiß nicht ob es ist es wirkt ein bisschen so aber wenn das ja auch noch ich meine die Linie die setzt sich ja quasi da fort wenn jetzt auch noch leds zuerst wenn das jetzt schon das ist ja auch schon heftig aber natürlich war schon im Frühjahr da hätten wir spielen neu schatten sollen aber hey ich dachte das Spiel laden würde reichen und wenn das nicht reicht wird reichen alle Tasten für das Gas geben, lenken und bremsen beides zu löschen aber Satz mit Exit war wohl nix dieses alte Flussball wobei das eher wirkt wie ein See also ich habe das Gefühl dass ich hier noch nie gewesen bin obwohl ich hier schon eindeutig gewesen bin wie man hier anhand der aufgedeckten Karte sieht das sind auch immer wieder sehr schön und da haben wir das Portal wo auch immer ich eine W-Punkt gesetzt habe kurz dahinter dann brauchen wir hier rauf und die die Schneepartikel kann man kaum übersehen so Motor aus und ab durchs Portal bin ich immer gespannt wie weit der Weg jetzt ist im Winterland oder ob der Weg gar nicht weit ist ok doch schon 58 Meilen ok ich nehme alles zurück ist es doch schon es gibt doch Wege die man zurücklegen muss und hier ist dann quasi das Portal aus der Außenwelt Schnee kam gerade da her und haben jetzt hier Pause gemacht und stehen hier cool mit dem bisschen mehr Schnee der hier angedeutet ist der tiefer ist ah gefällt mir dann wollen wir mal zur Schokoladenhobby gefahren was ich glaube ich genau zur Schokoladenhobby es ist ja echt cool dass es doch so ein bisschen mehr ist ein Weg bei der Brücke drüber ein bisschen enger ist ob es immer Nacht ist sondern hier ist und ob es auch Tag gibt das wäre die andere Frage ich glaube eher wahrscheinlich schon ich glaube kann man merken der Schnee hat auch Effekt ok ich weiß nicht warum ich da gerade überrascht bin das ist ja sonst auch immer so gewesen äh damals das heißt aber zumindest war Wintermod so ich weiß jetzt gab es zumindest ein bisschen überraschter als ich eigentlich sollte deswegen fahren wir einfach mal mit 25 oder haben wir 25 ach komm wir fahren 50 solange eigentlich viele Kurven sind können wir ruhig 50 fahren schön geht es den Berg hinauf soll ich vielleicht Dankeschön ich wollte gerade sagen das soll ich nicht allzu häufig machen wenn wir schon im Schnee fahren erst einmal in Post Office wir fahren aber nicht zur Post Office wir fahren auch ein Stückchen weiter ich wollte ein bisschen das gleich rechts abbiegen dann machen wir das doch mal der Bremsweg ist definitiv lang muss ich jetzt mal einberechnen wenn ich hier bin aber ich müsste zu kurz einberechnen obwohl ich eigentlich doch schon ganz gut ja nur ich hätte wahrscheinlich eher weiter auf der Bremse stehen sollen und nicht direkt mitlenken sollen wenn ich Bremse das war nicht der smarte Move am ganzen oh ja so war die Barrikade war zu kurz auf wir fahren jetzt gleich am Town Square vorbei auf dem Weißer Schokoladenfabrik und haben hier die winterliche Stadt hier feiert die wirklich Nummer 30 dann durch wie normal die Orts durchfahren es sieht aber auch es ist echt cool gemacht mit dem Portal in die andere Welt auf jeden Fall deutlich mehr als einfach nur was weiß ich irgendwelche Weihnachtstrailer von A nach B zu fahren jetzt noch mit verkehren aber es ist ja total verrückt oh Gott wobei vielleicht wenn ich wenn ich so sehe wie ich fahre vielleicht klappt man doch nicht aber wäre nochmal so die extra Challenge aber vielleicht sollte man ja wobei ja gut aber ist ja auch in Ordnung dass es keinen Verkehr gibt ich meine das Feature an sich ist ja schon ist es ist es Werk finde ich da brauchen wir jetzt nicht zwingend noch Verkehr so ich beschleunige nochmal kurz ich glaube hier ist es einfach lange dunkel weil es halt quasi ja quasi wie der Nordpol ist in Anführungszeichen also dass es einfach gerade lange dunkel ist und deswegen mehr Nacht als Tag ist so zu Marigolds da kommt nichts welche Überraschung ja ich glaube ich glaube hier aber schnell kommen wir einfach jetzt auch für das normale ATS einfach kein auch kein Frostmod wird es ja drin ich will noch überlegen ob ich das so individuell mache quasi wie es aktuell in Realität ist vielleicht meine ich das noch in den nächsten Fahrten aber ich habe es einfach jetzt für diese Fahrt einfach nicht gemacht ich habe auch ehrlicherweise gar nicht gedacht dass das der Plan war nicht die Zeit dafür gehabt dann nochmal den Gedanken zu haben das ist doch cool das ist doch nice mit dem Zug gefällt mir und dann sind wir schon bei der Schokoladenfabrik und dann würde ich sagen gucken wir uns die Schokoladenfabrik auch nochmal kurz ein bisschen an und dann also hier den Viewpunkt einmal müssen wir es ja machen einmal können wir die Fahrt abladen hier haben wir den Bahnhof äh ich wollte bremsen und habe allerdings aufs äh Gasflas gerückt weil ich mir den Balkon geschaut habe abgelenkt check und dann haben wir hier den die Grüße die große Südstation das ist immer gar kein Dings vom von der Fabrik sondern vom Bahnhof oh hier kann der Musik hinterlegen diesmal ist ja schön es ist eigentlich schon echt nice so ne also da wird man sich ja also ich sag's jetzt nochmal dynamisches Wetter dynamische Jahreszeiten also dynamische Jahreszeiten war so gut dynamisches Wetter haben wir schon aber dann in dem Fall doch eher dynamische Jahreszeiten das hätte schon was so ne dass man halt was weiß ich das ist halt individuell ist im Spiel so ne dass es dann keine Ahnung es ein kurzes Update gibt und dann dann vielleicht auch dann sogar die Jahreszeiten halt mit dem dynamischen Wetter sich anändern das sind halt teilweise was weiß ich wenn man von wir haben es zwar jetzt noch nicht mit äh und so weiter aber beispielsweise wenn man jetzt von North Dakota nach South Dakota fährt dass dann in North Dakota Schnee liegt und es schneit und in South Dakota der Schnee noch äh der Schnee den Regen übergeht das das hätte schon was aber auch der Schnee der Sound vom Knirschen in Schnee ist auch cool aber zumindest ist das so ein Ding also ne das ist wenn man so jetzt hier sogar so lange fährt das äh das wäre echt schon nice und ich glaube wir können dann ja quasi auch von hier aus dann wieder weiter fahren glaube ich vielleicht ich weiß gar nicht mehr ja wir sind finished wir sind bei der Schokoladenfabrik den wollen wir mal einparken ich habe das Gefühl dass die Reifen gerne mal durchdrehen auch wenn ich es nicht wirklich erkennen kann weil die Reifen dunkel sind es wirkt zumindest so machen wir es doch mal wieder mit dem Kopf aus der Fahrkabine das andere ist perfekt aber okay apropos okay wir haben 10 Grad Fahrenheit also das heißt Temperatur ist auch äh dementsprechend angepasst laden wir die erste Fahrt ab das spezial das weihnachtliche speziale als was wir hören kam wer danach zur Schokoladenfabrik geliefert haben 183 Meilen waren es dauer ja ich wahrscheinlich so 25 Minuten ähm aber auch der Kraftstoff 29er Lohn es war der 144. ATS auf oder Christoph's erledigt wurde und es gibt ein neues Level zwar ein nächstes für den Truck hier aber aber hey und auf zerbrechliche Fahrtrang 5 plus 25% höhere Vergütung Einsteckung für das Ausdeben was zerbrechlicher Fracht 1 von 5 und 1 von 15 äh ja der wird nicht sein okay gut ne bisschen was aber aber das war's auch und hier wahrscheinlich ein bisschen bisschen nix bisschen nix hier auch nichts ähm wir können ja glaube ich auch von hier aus da was nehmen deswegen würde ich dann quasi sagen dass wir dann da vorne wo der View ist wir machen einfach beim Südbahnhof stehe ich mich hin und fahre dann ähm ja eigentlich am 26 fahre ich dann hier in ATS weiter also alles abwechselnd im ETS 2 also jetzt ATS am 24 quasi im Dezember an allen geraden Tagen äh und im Januar dann an ungeraden Tagen was ATS betrifft und ETS 2 dementsprechend an ungeraden Tagen äh ähm na wer ist das noch ähm ich komme auch drauf äh an ungeraden Tagen scheiße mal zu an ungeraden Tagen äh im Dezember an ungeraden Tagen im Januar in dem Sinne bedanke ich mich viermal bei euch fürs Zuschauen ich hoffe es euch gefallen und dann sehen wir uns im morgigen Video wieder hier dann im Urschleusseminator 2 vom Christmas Winterland Event 223 euch noch schöne restliche Feiertage und bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Video